Ist ja Minister, der will uns natürlich auch was vormachen. Natürlich, und weißt du was? Das kann man bei Ministern nie wissen. Er orgelt. Bundesminister Helmut Schmidt spielt auf der Orgel, unterstützt von Max Greger. Max, Sie müssen das mal richtig einstellen, hier kommt nichts. Ah, jetzt aber. Ah, da hat einer dran gedreht, nicht? Max Greger war gefreut, er hat sich nicht weit gebrannt beim Militär, aber er ist bereit, Ihre Kommandos entgegenzunehmen. Also ich werde jetzt brauchen. Ich Ihre Kommandos. Ja, gut. Ja, wollen wir zusammen was spielen? Ja, was spielen Sie, Herr Minister? Das, was Sie hier hergestellt haben, hier. I got the rhythm for the girls. Also Sie kennen sich aus. Ich würde sagen, Herr Minister, Sie müssen sich natürlich jetzt schon ein bisschen konzentrieren. Spielen Sie gut. Sollten Sie später mal keinen Job mehr haben, man kann nie wissen, dann können Sie sich bei mir immer noch einsteigen. Werden wir es überlegen, Herr Greger. Als Notenschreiber komme ich zu. Max, Max, oder du bei ihm, denn die Bundeswehr hat jetzt ein großartiges Showorchester, habe ich gehört. So, und jetzt geht's los. Allgott Rüttemberg, bitte. Eins, drei, drei. Noch mal, noch mal. Noch mal. Noch mal. Macht gar nichts. Also, da hätte ich wieder was. Herr Minister, Sie brauchen gar nicht nervös sein, aber für diese kleine Sache... Ich bin immer nervös, Herr Greger. Ich bin immer nervös, Herr Greger. Oh, zwei, drei. Okay. 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 Musik 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 Musik